Ich fange beim Impfen an. Noch einmal, ich habe vorher gesagt, dass unser Zugang zu den Dingen immer die Freiwilligkeit ist. Ich würde nie auf die Idee kommen, irgendjemanden dazu verpflichten zu wollen, sich nicht impfen zu lassen, wenn er glaubt, dass ihm in seiner Situation das etwas bringt. Was mir nicht gefällt, ist, dass eigentlich die wesentlichen Regeln, die ansonsten im medizinischen Bereich gelten, in diesem Fall geradezu auf den Kopf gestellt werden. Mir fehlt es zum Beispiel völlig, dass einer entsprechenden Impfung ein entsprechendes Aufklärungsgespräch vorangeht, wo man nichts anderes macht, nicht nur zu schauen, welche Vorerkrankungen ist der Mensch überhaupt gesund, der dort geimpft wird. Das ist ja auch nicht ganz unmaßgeblich. Bei anderen Impfungen schaut man zumindest einmal drauf, sondern wo man den Leuten auch sagt, was ist eigentlich dein Risiko in deiner Altersgruppe, eine schwere Erkrankung zu bekommen? Was riskierst du möglicherweise, wenn du diese Impfung zum Beispiel machst? Und das braucht Zeit. Und das, was da auf diesen Impfstraßen stattfindet, das ist eine Nummer ziehen, das ist einen Zettel ausfüllen und dann antreten und dann kriegt man die Impfung verabreicht. Und so macht man das in keinem anderen Fall. Das ist etwas, was mir nicht gefällt. Aber noch einmal, das ist auch meine Entscheidung. Ich bin für mich selber zur Überzeugung gekommen, dass ich diese Impfung nicht will und dass ich sie nicht brauche. Wenn andere zu anderen Überzeugungen kommen, ja, aber dann bitte eine ehrliche Information. Nicht diese Geschichten mit irgendwelchen Testimonials jenseits der 80 mit der B&C-Prominenz dieses Landes, die sie dann dafür hergibt, zu sagen, jetzt bin ich geimpft und jetzt darf ich meine Enkerl wieder sehen und jetzt gilt für mich das alles nicht mehr. Sie müssen ja weiter Abstand halten. Sie wissen ja weiter nicht, ob sie für jemanden anderen ansteckend sein können und sie müssen weiter die Maske tragen. Also mein Appell an die Regierung geht bitte auch in der Impffrage ehrlich mit der Bevölkerung um und tut nicht so, als ob das alles sozusagen nur großartig wäre und als ob es da keine Schattenseiten gäbe. Und auf das möchte ich einfach aufmerksam machen. Und das, was da teilweise so an Geschichten daherkommt, die man dann auf die Seite wischt als Einzelfälle, Thrombosen und so weiter, ja, wir können das auch ins Deutsche übersetzen, dass jeder versteht. Vieles davon ist nichts anderes als ein Schlaganfall. Dann wissen die Leute auch, was damit gemeint ist. Und das ist nicht eine Kleinigkeit, wenn man einen Schlaganfall erleidet, wenn man als gesunder Mensch zu einer Impfung geht und dann ein Schlaganfallrisiko hat. Und das ist eben genau das, was wir immer gesagt haben. Diese Impfung hat nur eine vorläufige Zulassung. Das muss man den Menschen erklären. Und jeder, der da jetzt teilnimmt, ist natürlich auch Teil einer groß angelegten Studie. Auch das ist nichts Unanständiges, aber man muss es halt dazu sagen. Und das unterscheidet diese Impfstoffe von vielen anderen.